In dieser Podcast Mastery Folge soll es heute um das Thema Template gehen. Also ein Podcast Template möchte ich euch mit an die Hand geben, weil ich immer wieder von meinen Klienten erfahre, wie schwer es ist zu starten, wie schwer es ist einen eigenen Podcast zu machen. Dem einen fällt es ein bisschen leichter, dem anderen fällt es ein bisschen schwerer. Die Stimme ist ungewohnt und da möchte ich euch einfach die Grundlage geben oder einen Impuls dafür geben, wie ihr eure Podcast Folge aufbauen könnt. Mein Name ist Norman Glaser und als Kommunikationsberater helfe ich in der digitalen Markenführung und im Podcasting und nun wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Podcast Folge. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser Ja, was meine ich mit Podcast Template? Also es gibt so verschiedene Cluster, wie ich einen Podcast aufbauen kann. Das kann am Anfang ganz einfach sein, indem ihr einfach euer Mikro nehmt und einfach reinsprecht und das so erzählt und so emotional und so möglichst frei, ohne, also mit einem Stichpunktzettel gerne, aber möglichst frei, sodass ihr euch einfach auch wohl fühlt. Ich verstehe aber dieses Gefühl, wenn so ein Aufnahmegerät vor euch steht und ihr auf diesen Record Button drücken müsst und irgendwie dann ist es alles irgendwie so verklemmt. Ja, es ist Training, Training, Training und es ist Übung und es ist einfach irgendwann mal loslassen und sagen, hey, scheißegal. Also irgendwie wird es die Leute, werden es die Leute wertvoll finden, es wird die Leute interessieren oder eben nicht. Und das hängt viel damit auch zusammen, wie gefällt den Leuten so die Stimme, die Art zu sprechen, der Inhalt per se und so weiter. Es sind verschiedene Faktoren, die da zusammenkommen, sodass letztendlich der Hörer oder die Hörerin eurer Show am Ende treu bleibt. Aber macht es nach bestem Wissen und Gewissen, aber auch so frei wie möglich. Ich habe mir trotzdem ein paar Sachen für euch aufgeschrieben, um euch einfach so ein paar Impulse und Anregungen zu geben, wie ihr euren Podcast strukturieren könnt. Nehmt es nicht als das festgeschriebene, immer funktionierende Template oder als Vorlage, sondern vielleicht so für den Beginn, aber entwickelt dann natürlich so euren eigenen Stil, euren eigenen Aufbau. Denn nicht jeder fühlt sich einfach auch wohl mit so einer Vorgabe, mit so einem Template. Also ich probiere immer wieder um, auch heute noch. Also wenn man mal so die letzten 50 Podcast-Folgen ausprobiert oder anhört, werdet ihr feststellen, ich variiere das immer mal. Ich teste viel, ich probiere viel aus. Und wenn ich mich gerade wohlfühle mit der Struktur, mit dem Aufbau, dann bleibe ich dabei für eine Zeit. Und wenn ich der Meinung bin, ich muss das mal ändern oder ich langweile mich selbst. Oftmals ist es ja so, dass du sagst, okay, jetzt fängst du immer wieder gleich an. Das ist ja auch langweilig. Vor allen Dingen, wenn du dann mal so zwei, drei Folgen hintereinander aufnimmst, dann ist das wirklich so Stoccato-mäßig. Also ist es nicht so meins. Von dem her, ich bin ja eh ein Fan für Veränderungen oder von Veränderungen. Deswegen muss ich einfach das immer wieder in Frage stellen und immer wieder variieren und damit spielen. Also dieser Perfektionismus, den wir gerne haben, dass wir sagen, jede Podcast-Folge muss gleich aufgebaut sein, den können wir ganz getrost über Bord werfen. Denn dieser Podcast soll ja an uns und ganz nahbar sein. Also ich bin jetzt zum Beispiel auch nicht in irgendeiner Sprecherkabine, sondern sitze jetzt hier einfach im Garten mit Milo und nehme das hier für euch auf. Okay, lasst uns zum Template kommen. Die Frage ist natürlich immer wieder, soll ich ein Sound-Intro machen oder nicht? Ich finde das eine gute Idee. Es muss nicht unbedingt von Anfang an sein, es kann ein bisschen später sein. Aber ich finde so eine musikalische Einstimmung, die dann eben auch ein Sound-Branding produziert, finde ich irgendwie wichtig. Und je ernsthafter man das Ganze betreibt, desto dringlicher wird das Ganze. Denn je schneller sich die Leute auch daran gewöhnen und das wie eure Fanfare auch lernen, dass das zu euch gehört, das ist natürlich dann eine tolle Möglichkeit, so ein Format wie ein Audio-Format noch zusätzlich so ein bisschen aufzupeppen oder überhaupt zu branden. So, das heißt, das Intro sollte möglichst kurz sein und niemandem auf den Keks gehen. Zugegebenermaßen gehe ich mit dem Markenrebell-Intro so ein bisschen auf den Keks, aber das ist ja auch Teil meiner Markenstrategie. Also dieses Bequeme, dieses Seichte, dieses Ja, genau so habe ich es erwartet. Ja, genau das wollte ich eben nicht, sondern ich wollte was haben, wo ich ganz bewusst Nachrichten bekomme von wegen, hey, das Intro ist zu laut oder das stört total. Zugegebenermaßen, muss ich sagen, in dem Interview mit Pater Anselm Grün könnte man es rausschneiden. Aber ich fand es einfach so cool, dass er sich zum Markenrebell-Podcast bekannt hat und als Rebell seiner Zunft einfach auch Rede und Antwort gestanden hat. Also ich fand es einfach grandios, dieser Kontrast. Aber es ist natürlich Geschmackssache, es ist Ansichtssache. Nicht immer scheint das für jeden zu passen, aber das ist auch nicht, ihr seid ja nicht auf der Welt und ich auch nicht, um irgendwie das so zu gestalten, wie es andere wollen, sondern wie es euch gefällt, welchen Wert es für euch hat. Also ich würde mit einem Sound-Intro nicht immer starten, das ist wichtig, nicht immer starten. Warum? Weil das Sound-Intro kennen die Leute dann irgendwann mal und irgendwann skippen die das. Das heißt, die sagen dann in der Podcast-App, 30 Sekunden vorspulen, vorspringen, um das Intro zu überspringen, um dann direkt mit dem Content zu starten. Das ist natürlich dann verständlich, völlig klar, mache ich zugegebenermaßen auch, wenn ich das weiß, dass ein Podcast so beginnt. Deswegen, und das mache ich in meinen Podcast-Folgen seit kurzem auch so, startet doch einfach, indem ihr einfach sagt, hey, in dieser Folge geht es um das Thema XY und dann kann derjenige entscheiden, hey, da bleibe ich dabei oder eben nicht. Und nach diesem kurzen Einstieg, nach dem Tagging, nenne ich das, kommt dann eure Kurzvorstellung mit Name und was ihr macht für die Leute, die das erste Mal euren Podcast hören. Und danach würde ich dann mit dem Sound-Intro starten und anschließend mit dem Content. Moment, so, einfach mal so als Vorschlag von mir und euch, also am Anfang wirklich ganz kurz, worum geht es eigentlich, das dauert ein paar Sekunden, dann euren Namen nennen und warum die Leute diesen Podcast hören sollten, also was ist das, womit ihr euch beschäftigt, um dann danach mit dem Sound-Intro so einen kleinen Tusch zu spielen und anschließend mit dem Content zu starten. Das wäre so ein netter Beginn. Interessanter wird es dann, wenn der Podcast ein bisschen größer ist, das heißt, ihr über Werbespots oder Einklinker nachdenkt oder Call-to-Actions zu Produkten von euch selbst oder Einladungen in eure Facebook-Gruppe oder Einladungen in E-Mail-Newsletter-Verteiler. Das könnt ihr dann natürlich super variieren und zwischen die einzelnen Steps, da wo es am besten reinpasst, natürlich auch einfügen. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel ganz am Anfang, in dieser Folge geht es um das Thema XY, diese Folge ist gesponsert oder wird präsentiert von, dann habt ihr schon den ersten Werbepartner mit dabei und dann kann man im Podcast selber nochmal, wenn der Content dann läuft, zum Beispiel in der Hälfte ungefähr, nochmal einen zweiten Werbepartner einklinken, wenn es denn passt und natürlich am Ende des Podcasts nochmal. Ich bin jetzt nicht so ein Fan davon, das merkt ihr ja auch in den Markenrebell-Podcast-Folgen, also wenn ich Werbung mache, dann möglichst dosiert, gerade auch mit externen Partnern, sage ich auch viele ab, die einfach nicht zum Inhalt passen, sondern die einfach nur in der Reichweite performen wollen und vor allen Dingen sage ich Partner ab, die für die Community, für die Hörerschaft des Markenrebell-Podcasts einfach keinen Wert darstellen, ja, also so ein, weiß ich nicht, zu geringer Gutschein zum Beispiel, keine coole Aktion, das muss halt echt auch ein richtig cool sein, das muss ein richtiges Brett sein, was euch einfach auch freut, wo ihr sagt, okay, wenn ich schon Werbung akzeptiere und damit der Podcast natürlich kostenlos bleiben kann, dann muss es auch was Cooles sein und genau so sehe ich das auch. So, nochmal ganz kurz zum Intro, also das, was ihr am Anfang sagt, worum geht es in diesem Podcast, das würde ich nicht länger als 15 bis 45 Sekunden lassen, habe ich mal ungefähr aufgeschrieben, das können aber auch mal 5 Sekunden sein, ja, wichtig ist, dass das Wesentliche genannt wird und dann nicht so viel drumherum erzählt, sondern wirklich ganz knackig euren Pitch für diese Folge raushauen und sagen, in dieser Folge geht es um das Thema XY und das sind 15 bis 45 Sekunden, dann kommt das Jingle oder die Musik, euer Soundbranding, beziehungsweise, sorry, davor kommt ja noch euer Name, wobei das sind, weiß ich nicht, 5 Sekunden, euer Name und das, womit ihr euch beschäftigt und dann kommt das Soundintro und das Soundintro dauert ungefähr 25 bis 45 Sekunden, so würde ich es einpegeln. Also lieber kürzer, dafür prägnanter, Soundintro meine ich natürlich auch einen Sprecher oder eine Sprecherin oder wenn ihr das sogar selber einsprechen wolltet, ich habe das ein paar Mal gemacht, irgendwie kam das mir nicht emotional genug rüber, also ich kann wahrscheinlich keine Filmtrailer besprechen, hat mir einfach nicht gefallen. Deswegen habe ich Markus Kessler, an dieser Stelle, liebe Grüße Markus, der sich ja auch diesen Podcast hört, gebeten und der ist ein echter Profi, der ist Radiosprecher, hätte ich jetzt fast gesagt, aber er ist Produzent von Radio, da gibt es einen Fachbegriff, der mir natürlich jetzt nicht einfällt. Also wenn ihr mal eine Werbung hört im Radio und so eine richtig tolle, tiefe Stimme, dann ist das in der Regel er. Und wie auch immer, er hat das Soundintro vom Markenrebell-Podcast sowohl vom Sound als auch vom Einsprechen her gebaut und ich finde, es passt perfekt. Also wir hatten so ein kurzes Briefing und ich habe ihm erklärt, was ich möchte, dass ich aufrütteln möchte, dass ich unbequem sein möchte, dass ich ganz bewusst auch einen ganz harten Kontrast haben möchte zu mir als Sprecher, um gerade diesem Rebellen auch gerecht zu werden. Genau, so, das war das Musikintro. Dann, was man sehr gut machen kann, ist, wenn nach dem Soundintro dann der Content startet, könnte man sogar nochmal eine Zusammenfassung geben und sagen, um diese drei Dinge geht es. Das mache ich nicht immer, wenn ich daran denke, mache ich es, aber ich freestyle lieber irgendwie, das macht mir irgendwie mehr Spaß, als mich immer so an einen Podcast zu halten. Aber es gibt einen tollen Podcast. Ich glaube, ich werde das aber nochmal recherchieren und auch nochmal in die Show-Notes packen. Ich glaube, der Unternehmer-Podcast macht das ganz toll. Das sind immer nur 15 Minuten, das sind die Learnings auf den Punkt, wirklich mit tollen Interviewgästen auch. Aber mir wäre das zu knapp und mir wäre das zu sehr schematisiert. Also für mich muss so ein Podcast auch leben und ihr sollt auch ganz bewusst meine Stimmung mitkriegen. Bin ich gut drauf? Bin ich nicht so gut drauf? Sitze ich hier gerade nachts irgendwie im Garten oder mache ich das Ganze morgens? Ja, voll motiviert, ganz andere Stimme. Also daran will ich euch einfach teilhaben lassen. Und deshalb einfach nur so als Tipp, die Topics eures Contents einfach so ein paar Sekunden, zwei, drei. Ich habe hier Minuten aufgeschrieben. Das wäre mir fast ein bisschen zu lang. Also sagen wir mal 60 Sekunden dauert, würde ich so eine Minute, vielleicht zwei Minuten wirklich nochmal die drei Learnings aus der Folge und dann wirklich in den Content starten. Ja, in den Content starten. Die Länge eure Podcast-Folge ist immer wieder eine Frage, die mir gestellt wird. Macht es so, dass es für den Hörer Spaß macht? Also ich bin wie gesagt nicht so ein Fan. Ich hatte es glaube ich schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt, wenn sich das so hinzieht, wenn es so langatmig ist, wenn ich so warten muss auf die Golden Nuggets, wenn so eine künstliche Stimmung oder Spannung aufgebaut wird, so ein Spannungsbogen aufgebaut wird. Das ist schon bei Deutschland sucht den Superstar anstrengend, wenn die irgendwie verkünden, wer gewonnen hat oder wer eine Runde weiter ist. Ich muss das gucken, ich werde gezwungen. So und das ist jetzt nicht so meins, sondern fangt mit einer schönen Story an, was euch bewegt hat zu dieser Podcast-Folge. Das finde ich immer ganz schön. oder bringt es dann natürlich schon in eine Spannung. Also diesen Spannungsbogen braucht es schon, aber der soll halt nicht so künstlich aufgebaut sein, sondern eine spannende Story, bis das Ganze dann wirklich gipfelt an dem Aha-Moment mit Praxisbeispielen. Das ist immer schön. Und wirklich auch das, wie macht man das? Ich suche immer nach diesem Wie, also diesem echten Tool, was dann in dieser Podcast-Folge irgendwie drin sein muss. Also wie mache ich denn das tatsächlich? Genau, und wenn ihr das da reingebastelt habt und dieses Schema, dieses Template ist jetzt unabhängig davon, ob ihr eine Soloshow macht oder ein Interview macht. Das Interview kann dann gern 30, 45 oder länger Minuten dauern. Ihr habt ja immer die Option zu sagen, ich mache zwei Teile draus, würde ich auch machen. Wenn es ein Interviewgast ist, den ihr besonders pushen wollt, wenn es ein Thema ist, was euch besonders am Herzen liegt, wo ihr sagt, da müssen die Leute einfach dranbleiben. Wenn es ein Thema ist, was sehr komplex ist inhaltlich, würde ich zwei Folgen machen. Also wenn man da sehr intensiv mithören muss, würde ich auch zwei Folgen draus machen. Ansonsten, eine Soloshow kann auch mal 10 Minuten gehen. Also legt euch da nicht fest. Die Dankbarkeit des Publikums ist euch gewiss, denn man sitzt im Auto, fährt fünf Minuten mit dem Auto und dann brauchst du halt einfach mal eine kurze Folge und nicht ständig so einen Schinken mit 30 oder 60 Minuten. Genau. So, und am Ende ist es immer ganz cool, wenn man nochmal vielleicht den einen wichtigen Punkt zusammenfasst und sagt, hey, was war jetzt das Learning aus diesem Podcast? Man kann auch nochmal die drei Topics aufklappen und nochmal so eine Short Summary bringen und dann mit der Verabschiedung natürlich auch das Outro. Also eine abgespeckte Form eures Soundintros als Outro, so ein kleines Jingle. Das Jingle könnt ihr zum Beispiel auch verwenden, wenn ihr Werbung einblenden wollt, das dann mit so einem kleinen Jingle, vielleicht auch musikalisch unterlegt, das Ganze dann ausfaden kann. Was ganz interessant ist, beim Magen Rebell Podcast haben wir das nicht, ist die Idee, dass du kannst natürlich einen Jingle bauen, was du so unter die Stimme legen kannst. Also, dass du quasi noch am Sprechen bist und so die letzten Sekunden, da fängt schon das Intro so leise an und gipfelt dann irgendwie von der Lautstärke, wird das dann hochgefahren, am Ende dem Finale entgegen. Das ist natürlich auch sehr schön. Das haben wir im Mindshift Podcast zum Beispiel. ist einfach eine andere Machart. Beim Magen Rebell Podcast wollte ich einfach so einen Satzzeichen am Ende, wirklich so einen harten Cut, dass ich sage, hey, und bleibt rebellisch. Und dann bam, kommt das Outro. So, habe ich noch was auf meiner Liste? Lasst mich kurz schauen. Nein, das war das Template. Also, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Wir starten, wenn ihr mögt, wir starten mit dem ganzen Thema, worum geht es in dieser Podcast-Folge, gefolgt von eurem Namen und womit ihr euch beschäftigt. Anschließend kommt das Sound-Intro, gerne mit Sprecher oder Sprecherin, die das Ganze nochmal in so einem Elevator-Pitch auf den Punkt bringt. Dann folgt, wenn ihr mögt, die drei Topics, also was sind die drei Learnings aus dieser Podcast-Folge und dann startet eure Soloshow oder eure Interview unterbrochen, wenn ihr mögt und wenn es Sinn macht und wenn es passt, von einem Werbespot. Also, der Werbespot in der Mitte ist auch der, finde ich, wertvollste Werbespot, weil die Leute dann wirklich drin sind und dann aber auch wirklich schonend unterbrechen. Also, fair sein. Genau, und nach eurer Aufnahme geht das Ganze nochmal in eine Short Summary, kurze Zusammenfassung und vielleicht auch das wichtigste Learning aus dieser Podcast-Folge nochmal besonders hervorgehoben, besonders unterstrichen, bevor dann das Outro kommt. Also, der Sound, der eine Kurzfassung eurer Sound-Intros ist, also, dass das zusammenpasst und somit habt ihr eine schöne formale Klammer um euren Content, um euren Podcast. So, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen weiterhelfen können. Wenn ihr ein anderes Template habt, gerade für die Leute, die starten wollen, für die unter euch, die jetzt wirklich sagen, hey, an der Struktur probiere ich mich einfach mal aus, dann packt die gerne in die Kommentare unter die Show Notes oder gerne auch in die Markenrebell-Podcast-Gruppe. Meinl meldet sich. Bei Facebook freue ich mich sehr, wenn wir hier im Austausch bleiben. In diesem Sinne, ich gehe jetzt Milo einfangen, bleibt rebellisch. Bis dann. Ciao. Ciao.